Hier ist der Fußball, äh, der Strehler, na, der Wetter-Uli. Und das ist eine Torbahn, guckt es euch an. Heute Abend Deutschland, Polen, ich kann das besser, weil wenn Elfmeter schießen, dann ich. So jetzt da runter, das ist der Ball. Das sind meine Fußballschuhe. Ich habe keine Ahnung, Achtung. Irgendwas hat nicht gepasst.